Ich versuche mein Möglichstes und ich habe einen Kameramann mit dabei. Warum schleppe ich einen Kameramann mit? Weil ich gerne auch über das hier heute spreche, was hier passiert und möglichst viele inspirieren möchte, selbst einen Weg zu gehen, die Zukunft mit zu gestalten. Denn nur gemeinsam mit Feedback sind wir in der Lage, uns auf das vorzubereiten, was jetzt die nächsten zehn Jahre kommt. Es ist nicht alles positiv, aber die Möglichkeiten sind besser denn je, gestalterisch nach vorne zu gehen.